Kommt doch noch 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie für alle gesetzlichen Rentner? Fragezeichen? Nein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe gestern am 1.8.2023 wieder einmal im Internet zu diesem Thema was lesen dürfen, unter anderem dann auch unter so einer fast schon reißerischen Aufmachung kommt doch noch bald die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie für Rentner. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das sind alles nur Falschmeldungen, Fake News, was dort verbreitet wird. Nein, da wird es nichts geben. Aktuell liegt uns dort auch kein Gesetzgebungsverfahren vor. Ich will Ihnen mal in einem anderen Video mal zeigen, was diese Dame hier von den Grünen, die Frau Dr. Zoe Mayer, auf eine Anfrage eines Kunden von uns zu dem Thema, warum bekommen wir keine Inflationsausgleichsprämie geschrieben hat. Ich glaube, meine Damen und Herren, wenn Sie sich das durchlesen, das werde ich Ihnen dann in einem nächsten Video mal zeigen, dann stehen Ihnen die Haare zu Berge, was diese Dame hier zum Thema Inflationsausgleichsprämie für Rentner eigentlich so alles denkt. Hier in einem anderen Beitrag vom 1.8.2023 hat die Frau Mayerhofer mitgeteilt, dass es die Inflationsprämie nur für Pensionäre gibt und dass Rentner de facto leer ausgehen. Denn es ist ja so, dass die Inflationsprämie eine freiwillige Leistung der Arbeitgeber sei und deshalb hier im Bereich des Tarifrechts die Menschen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, sei es Arbeitnehmer oder auch Beamte und natürlich dann auch Pensionäre, die keinen aktiven Dienst mehr tun müssen, hier davon profitieren, weil es ja eine freiwillige Leistung des Staates ist, meine Damen und Herren. Das ist sozusagen die durchgängige Argumentation, die wir hier hören zu diesem Thema. Ich halte das für gelinde gesagt eine absolute Frechheit, dass Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, die zwar eine Rentenerhöhung dieses Jahr bekommen haben, deshalb aber nicht die Inflationsausgleichsprämie bekommen, zumindest nicht für einen Teil, sie müssen ja nicht 3.000 Euro sein, es können ja auch 1.000 Euro sein, das wäre ja zumindest schon mal ein Ansatzpunkt, gleichwohl aber Pensionäre, die bekommen und zwar unter der Begründung, dass die in Anführungsstrichen so armen Pensionäre ja gar keine Erhöhung bekommen haben, sondern nur die Inflationsprämie bekommen, das ist alles nicht stimmig, das stimmt alles nicht. Auch die Pensionäre haben eine Anpassung ihrer Pension bekommen, auch die Minister haben eine Anpassung ihrer Vergütungen bekommen zum 1.7., selbstverständlich auch die Bundestagsabgeordneten. Es ist also gelinde gesagt schlicht und ergreifend ein Skandal, dass Rentnerinnen und Rentner hier in Deutschland die Inflationsprämie nicht bekommen und zwar so nach der Maßgabe, Naja, nun haltet doch mal alle bitte euren Mund, ihr lieben 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner, ihr habt doch jetzt am 1.7. eure Rentenerhöhung bekommen. Da kann man ja letzten Endes nur lachen, die Rentenerhöhung, so gut wie sie auch wirklich ist, wird ja von der Inflation wieder aufgefressen, das ist auch alles bekannt und alle hier in Deutschland, nicht nur Rentner, nicht nur Beamte, nicht nur Bundestagsabgeordnete, nicht nur Minister, nicht nur Selbstständige, sondern wir alle hier in Deutschland hätten, alle dringend, es ist dringend nötig und bitter nötig, auch hier ein bisschen mehr Geld steuerfrei vor allen Dingen zu bekommen, dass wir hier den Kreislauf, den Konsumkreislauf wieder ankurbeln. Aber, naja, was wollen wir uns denn aufwägen? Es ist ja Sommerpause, es scheint ja doch eh wenig zu interessieren, glaubt man nur, aber in Wirklichkeit kocht die Volksseele, die Leute haben schlicht und ergreifend, so muss ich es auch, das ist meine Erkenntnis aus vielen Gesprächen, den Kanal von der aktuellen Politik wirklich voll, unverständlich, was dort gemacht wird und wie diese Herrschaften sich in Berlin den Rachen vollstopfen, so oh tun einige meiner Mandanten. Ich kann das zwar jetzt so verbal nicht ganz bestätigen, aber es kommt schon in diese Richtung, es ist schon eine Riesensauerei, was da läuft und vor allen Dingen, es ist eine Riesensauerei, dass Pensionäre diese Inflationsprämie bekommen, zwar nicht 3.000 Euro, sondern die ist gedeckelt und ich gönne das den Pensionären, aber die Rentner nicht und ich finde es schon ziemlich eigenartig, dass hier von den Pensionären und vor allen Dingen von den Gewerkschaften, die die Pensionäre vertreten, da nichts kommt, dass man dann sagt, Leute, okay, unsere Leute kriegen das, aber dann sollen es die Rentner doch auch bekommen. Was ich gelesen habe ist, dass der VdK diese Inflationsausgleichsprämie fordert, ja, hier steht es, das ist sozusagen einer der großen Sozialverbände, die das auch wirklich fordern, genauso wie Dietmar Watsch von den Linken. Ja, meine Damen und Herren, das war es zum Thema Inflationsausgleichsprämie. Ich, wie angekündigt, in einem nächsten Video zeige ich Ihnen mal, was die Frau Dr. Zoe von den Grünen zu einer Anfrage wegen der Inflationsprämie eines Rentners geschrieben hat. Ich glaube, glauben Sie mir bitte eins, Sie werden sich sehr freuen. Auf Ihre Kommentare zu dem dann folgenden Video und natürlich auch zu diesem Video bin ich herzlich gespannt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.